Ja Leute, herzlich willkommen zum nächsten Part und damit ja zu einer ganz ganz wichtigen Entscheidung. Es ist der 30. Juni, das ist der perfekte Zeitpunkt um zu einem neuen Club unterzukommen und ich glaube ihr habt ja mitbekommen, dass es für mich wahnsinnig schwierig war da eine Entscheidung zu treffen. Also ich habe euch da um eure Meinung gebeten und da war ich euch auch wahnsinnig dankbar, dass da so viele Inputs gekommen sind und ich habe mich dann ja dazu entschieden, dass wir weiterziehen. Und ja, wir haben den Job bei Rijeka nicht bekommen. Ich habe mir ehrlich gesagt schon gedacht, dass dafür die Reputation dann vielleicht einfach ein bisschen zu klein ist. Dafür haben wir aber einen Job in Österreich bekommen. Und zwar ist es wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen, dass wir eben Österreicher sind. Ich glaube, dass dann natürlich die Vereine auch eher auf Österreich, also auf die gleiche Nation schauen. Und tatsächlich kommen wir jetzt zu einem kriselnden Top-Club in Österreich. Ja, für uns geht es zum LASK. Für uns geht es nach Linz. Ich zeige es euch hier mal kurz. Das ist der Vertrag, den sie mir gerade vorgelegt haben. Hier seht ihr schon, Kukaritschki zum Beispiel haben wir die Bewerbung auch nicht bekommen. Dinamo Sagerp haben wir nicht bekommen. Klub Brügge haben wir nicht bekommen. Aber LASK war dann der einzige Klub, der uns ein Gespräch angeboten hat und auch der einzige Klub, der uns wollte. Und tatsächlich haben die ziemliche finanzielle Probleme. Die haben einen wahnsinnig kleinen Kader, was man hier sieht. Und der Kader war an und für sich ist gar nicht schlecht. Er ist jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Dafür haben sie noch immer Topstars wie Alexander Schlager zum Beispiel im Tor. Ja, wie gesagt, er ist in die Jahre gekommen. Stört mich ein bisschen und dass er sehr, sehr klein ist. Aber an und für sich ist das natürlich für uns eine Top-Chance, einen nächsten Schritt zu machen. Wenn du es schaffst, in Österreich irgendwie erfolgreich zu sein, dann kannst halt ein Verein, dürfte sich in diesem Let's Play dann vielleicht noch ausgehen, wenn wir hier zwei Jahre sind. Dann können wir nämlich den Sprung noch schaffen. Vorschlag oder Vorstandskultur ist Spieler unter 23 für die erste Mannschaft verpflichten, was ich super finde, was eben auch gerade Sinn macht, weil es ja im Moment so ist, dass der Kader so veraltet ist. Ja, das heißt, wir übernehmen jetzt für die die Kühlbauer. Wir starten dann in der österreichischen Bundesliga hier. Hier sehen wir sie. Wir können auch noch kurz schauen, wie sie im letzten Jahr denn ausgegangen ist. Da sehen wir, dass wir eigentlich auf Platz 5 waren. Wir haben das internationale Geschäft verpasst, aber wir waren in den oberen Playoffs. Dort sind wir dann Sechster geworden. Okay, das war dann natürlich nicht so zufriedenstellend, klar. Aber das ist auch das Saisonziel. Das heißt, hier in diese oberen Playoffs zu kommen, in die Top 6. Das heißt, wenn du jetzt Salzburg und Sturm abziehst und dann wahrscheinlich, sagen wir mal, wenn es bei ihnen gut läuft, die beiden Wiener Clubs, bleiben noch zwei Plätze übrig, um die wir kämpfen. Ein Konkurrent wird dann wahrscheinlich auch der WAC sein, der Wolfsberger AC hier. Aber dann sind eigentlich schon wir hier. Und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz auf den Rest. Warum sie Probleme haben finanziell, könnte an den Einrichtungen liegen, weil das neue Stadion fertig ist. Weil wir müssen jetzt echt irgendwie schauen, dass wir die Vereinsfinanzen sanieren. Und das war ja auch so Angst von euch, wenn ich jetzt an Vereinen wechsle, dass das dann irgendwie zu einfach wird. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das die perfekte Herausforderung ist. Es ist ein schöner Traditionsclub. Es ist ein Top-Club. Und ja, ich freue mich wahnsinnig. Deswegen werde ich jetzt hier unterschreiben. Verhandlungen beginnen. Das wäre jetzt so geil, wenn es nichts wird. Alles umsonst. Nee, wir haben unterschrieben. Jetzt gehe ich einen Tag voraus, bis wir hier sind. Sehr, sehr schön. Linzer ASK stellt Fußballwelt an. Damit geht es jetzt tatsächlich für uns zurück nach Österreich. Wir haben hier ein relativ gutes Ansehen. Das heißt, der Schritt hier zum Lask ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Medientipp Platz 5. Auch ganz gut. Von den Einrichtungen her müssten wir besser werden. Aber das Problem ist, die Finanzen sind wackelig. Das heißt, das wird wahrscheinlich eher schwierig. Dann gehen hier ein paar Ablöse frei. Also der Kader wird wahnsinnig klein. Ich bin wirklich gespannt, wie das wird. So, Treffen mit den Mitarbeitern keines. Pressekonferenz ansetzen. Ja. So. Fantyp Update. Da haben wir mal den Einfluss der Fans auf den Vorstand. Der ist sehr hoch. Wir sehen jetzt 2600 Dauerkartenbesitzer. Ich bin gespannt, wie viele dann auch wirklich ins Stadion kommen. Intensives Pressing. In der Liga vor Ried landen. Das ist der lokale Rivale. Und die Meistergruppe erreichen. Das sind so die Ziele der Fans. Taktische Ausrichtung benötigt. Ja, eh klar. So, jetzt sind wir genau am 30.06. Ich erstelle jetzt einfach mal kurz irgendeine Taktik. Einfach nur, damit diese Meldung wegkommt. Das schauen wir uns dann nachher noch genauer an. Schauen wir vielleicht jetzt mal noch kurz auf die Mannschaft. Wir haben eben als Torhüter Alexander Schlager. Dessen Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Oh, schauen wir gleich auf die Finanzen. Gehaltsbudget 3 Millionen im Minus. Yay! Ich freue mich. Finanzen 8 Millionen im Minus. Nee, 15 steht da. Er läuft bei uns. Okay. Das wird richtig spannend. Ich bin jetzt schon gehypt, weil ich finde diese Herausforderung mit diesen Finanzen zu arbeiten halt schon relativ spannend, muss ich sagen. Wie schaut es dann aus mit Spitzenverdienern? Robert Schuhl, den man natürlich auch aus der deutschen Bundesliga kennt. Wo war er in Bochum? War er? Union. Ja, der ist viel rumgekommen. Der ist also unser Spitzenverdiener. Der will eigentlich seinen Vertrag auslaufen lassen. Würde 600.000 verdienen. Also den wegzubekommen wäre schon mal was. Ich glaube Ziel wird es jetzt wirklich sein, vielleicht ein paar Spitzenverdiener wegzubekommen und eben damit Geld machen. Das Problem ist, viele Verträge laufen nicht aus. Auslaufen tut Peter Michol. Der Schlüsselspieler ist, den will ich auf keinen Fall eigentlich gehen lassen. Also 470.000. Gehaltsforderungen zwischen 900 und 1,2. Gut. Ja, das wird natürlich nichts. Das heißt, Peter Michol können wir nicht halten. Was richtig schade ist, weil das ist ein extrem starker Spieler. Dann haben wir hier Thomas Geuginger. Der lebt ein bisschen von seiner Geschwindigkeit. Zumindest in echt. Und das sieht man eben auch, dass er im FM sehr schnell ist, aber er hat eine schlechte Grundfitness. Deswegen würde ich ihn jetzt mit 31 Jahren nicht mehr verlängern. Und das passt also, dass der ausläuft. Dann haben wir Felix Lucke-Neder. 200.000. Grundfitness ist nicht super hoch. Ja, da ist halt auch die Frage. Die verdienen halt schon um einiges mehr als jetzt zum Beispiel unsere Kollegen aus Tschechien oder Rumänien. Ob man da dann nicht vielleicht versucht, den einen oder anderen zu bekommen. Hussein Balic wechselt. Sascha Horvath. Den würde ich eigentlich auch relativ gerne behalten. Aber auch der wird zu teuer sein, befürchte ich. 212 bis 291. 191 bis 260. Wollt ihr denn, ob ihr gerade meine Katze im Hintergrund hört? Da müsste man schauen, ob man den irgendwie... Ah, ich könnte maximal 135.000 bieten. Gut. Das kann man von Anfang an vergessen. Damit wird Sascha Horvath uns auch verlassen. Und Florian Flecker. Eigentlich auch ein Stammspieler von seinem Niveau her. 164.000. Ich weiß nicht, ob man den halten könnte. Aber wobei, ganz ehrlich, da schaue ich jetzt auch weiter. Weil ich brauche jetzt nicht unbedingt solche Spieler für die Breite, dass ich die da groß verlängere. Thomas Sabitzer, der Bruder von Marcel, wäre vielleicht auch noch eine Überlegung. Aber Stürmer hat ja einen echt schlechten Abschlusswert. Ich sage ganz ehrlich, wir ziehen das jetzt einfach durch. Wir gehen jetzt eins weiter. Social Feed. Lehnen wir ab. So, was haben wir hier? Alter, hört ihr meine Katze im Hintergrund? Sie hat gerade ihre verrückten 10 Minuten. Ne, hört man nicht. So. Das heißt, wir gehen jetzt so weit vor, dass wir beim ersten... Also, wir haben schon Testspiele hier. Okay, das geht mir ein bisschen zu früh. Schauen wir mal kurz. Wir treffen auf Karlsdorf im ÖFB Cup. Die sind aus der Regionalliga Mitte. Das heißt, das sollte eigentlich jetzt kein Problem sein für uns. Und dann schauen wir uns die Spiele davor an. Also, ich würde jetzt mal St. Gallen kippen. Wobei es mich an und für sich sehr interessiert. Sind wir auf Trainingslager in Israel? Oder warum haben wir da so Auswärtsspiele? Ist ja spannend. Wobei, ich sage ganz ehrlich, ich hätte dann ganz gerne, wenn es jetzt kein Trainingslager ist, weil das müsste ja eigentlich da stehen, hätte ich ganz gerne ein Heimspiel. Und ich würde immer einfach noch versuchen, ein bisschen Zeit zu gewinnen, weil der Kader noch nicht wirklich steht. Aber wenn wir hier drei Spiele machen, das muss irgendwie reichen. Gibt es einen Ex-Club von uns? Das wäre auch ganz cool. Ne. Gegen Enka Warrastien könnte man spielen. So, gut. Jetzt gehen wir mal den Tag vor. Bis wir wirklich komplett neu mit 1. Juli anfangen können. Boah, Leute, das wird eine heftige Aufgabe. Also mit den finanziellen Problemen hätte ich nicht gerechnet. Aber ist ja ganz nett. Boah, verschluckt. So, Co-Trainer-Vertrag läuft aus. Der ist eh nicht gut. Gehen wir frei. Luken jeder, gehen wir frei. Sascha Horvath, gehen wir frei. Florian Flecker, gehen wir frei. Thomas Sabitzer ist halt echt so eine Sache, weil der hätte dann wirklich noch Potenzial, aber ich weiß nicht, für welche Position. Am ehesten irgendwie vielleicht für die 10 oder so. Wir können ja mit dem Berater noch reden. So, der ist sogar ein bisschen runtergegangen von den Gehaltsforderungen her. So, der schließt mal gleich aus. Wie viel kriegt er jetzt? 75? Ich muss gerade solche Spieler für die Breite irgendwie auch. Ja, geht auch nicht. Dann geben wir ihn frei. So, Stefan Radulowitsch, Spieler für die zweite Mannschaft. Ah ja, genau, die zweite Mannschaft spielt in der zweiten Liga. Gut, da müssen wir mal schauen, wie das finanziell hinhaut. Also wir können da eigentlich nur Akademiespieler hochziehen, weil ich glaube, finanziell werden wir nicht das Geld haben, um da irgendwie Großes aus denen zu machen. Da hätten wir einen ganz netten österreichischen zentralen Mittelfeldspieler, Lukas Wimhofer. Den würde ich mal versuchen, für die erste Mannschaft zu verpflichten, weil wenn schon ein Eigenbauspieler mit Potenzial ist, wir müssen auf sowas setzen. Und natürlich auch auf Laien, ganz klar. So, das schließen wir alles aus. Dafür lassen wir die 10% drinnen. Passt. Dann würde der eine mal zumindest bleiben. Gibt den in die erste. Leistungsanalyst, taktische Kenntnisse, 3. Freigeben. Nee, wollte ich auch auf Freigeben klicken. Schlüsselspieler. Wir haben bei Schlager noch ein Jahr Optionen. Die ziehen wir gleich, weil dann steigt vielleicht der Marktwert hoch. Und der Rest, ja, den müssen wir uns anschauen. Also das ist unser Kader, der jetzt natürlich nicht sonderlich groß ist. Es kann gut sein, dass da vielleicht der ein oder andere jetzt gerade von einer Laie zurückgekommen ist. Schaut mal, was wir da für Talente haben. Jetzt muss ich nur kurz schauen. Ich glaube, ich habe die New-Gen-Faces von Bordeaux drin. Ja, genau. Weil vielleicht haben wir da dann schon ganz coole New-Gens. Wir müssen eben wirklich auf die Jugend setzen. Und das ist ein schöner Save. Weil finanzielle Probleme machen das Spiel halt schon auch sehr, sehr reizvoll. Also ich habe echt Bock. Ich bin schon so gespannt, was ihr dazu, dem der Vereinswahl sagt. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich nicht allen recht machen kann. Die Entscheidung war ja wahnsinnig schwierig, wie man auch in der Community gemerkt hat. Aber ich für mich habe jetzt so das Gefühl, dass ich mich richtig entschieden habe. So. Gut, wir haben Adam Krieger. Ein sehr groß gewachsener Stürmer, der uns verlässt. Pammt. Gut, dann haben wir hier einen Oliver Duwe. Der ist ein relativ guter Sechser. Der ist sehr defensiv stark. Dann haben wir Lukas Jungwirth, der wechselt auch weg. Markus Sulzner, der ist noch da. Der wäre für mich ein Innenverteidiger-Typ. Zielstrebigkeit ist miserabel, aber wir haben nicht viel Auswahl. Den ziehe ich auch gleich mal hoch. Nikolas Paul ist da. Ziehe ich auch gleich hoch. Und da müssen wir generell schauen, wie es hier ausschaut. Hier haben wir noch einen Umut Natschak. Sehr interessantes Talent. Könnte auch super... Also, trainiert er eh links außen am Flügelspiel. Würde ich auch gleich nach oben ziehen. Ich habe jetzt schon Bock, mit den Talenten zu arbeiten. Wir sollten uns Mokrowitz leihen. Und hier sieht man, da gibt es ja... Den gibt es zum Beispiel, der ist jetzt schon auf einem brauchbaren Niveau. Der Rest ist, glaube ich, noch ein bisschen weit entfernt. Den kann man mal hochziehen. Wir können sie dann eh wieder runterschieben, wenn ich da zu viel gerade hochziehe. Aber... Wir müssen den Kader vergrößern. So, das ist ein Rechtsaußen, der passt auch. Okay, schauen wir uns die Mannschaft mal an. Schauen wir mal, was wir aus diesen Jungs so machen können. Schlager. Haben wir jetzt die Option gezogen. Der ist natürlich ein toller Mitspiel in der Torhüter. Dann haben wir Ersatzkeeper Tobias Laval. Wie viel Potenzial hatten wir noch? Ja, relativ gutes. Der könnte theoretisch unseren Alexander Schlager dann beerben. Der könnte sogar jetzt schon fast spielen, finde ich. Dann hätten wir jetzt noch den Nikolaus Paulster als dritten Keeper nach oben gezogen. Aber dann brauche ich den ehrlich gesagt gar nicht. Ich würde mal versuchen, ob ich den vielleicht verleihen kann. Ich meine, theoretisch kann der natürlich auch super in der zweiten Mannschaft spielen. Wenn die in der zweiten Liga ist. Aber wenn wir den von der Gehaltsliste kriegen, ist es vielleicht auch nicht schlecht. Wir sehen hier, das Gehaltsbudget hat sich nicht unbedingt verbessert. Es kann auch den Gebiet, es ist auch nur Österreich. Also das wird eine riesen Herausforderung. Ach so. Wir sind noch nicht beim ersten. Deswegen. Jetzt gehen mal die ganzen Spieler. Und dann sieht es vielleicht ein bisschen besser aus rein finanziell. 1. Juli. So, neuen Co-Trainer werden wir brauchen. Leistungsanalysten lasse ich im Moment mal frei. Das lassen wir alles. Wie schaut es jetzt finanziell aus? 2 Millionen. Okay, das heißt wir haben 800.000 schon mal reingeholt. Also ganz ehrlich, es ist glaube ich egal, was wir machen. Diese 2 Millionen kriegen wir glaube ich nicht rein. Das heißt, wir sollten uns vielleicht echt schon mal darauf einstellen. Wieso ist der noch nicht weg? Geht das sonst noch jemand? So, jetzt müssen wir kurz noch schauen. Genau, jetzt sind gerade ein paar Spieler gegangen. Jetzt sind wir bei 1,7 Millionen minus. Und jetzt gibt es noch Vertragslose. Das heißt, Peter Micholl ist jetzt bei uns aktuell mit 470.000. Die Frage ist, kann man dem jetzt? Nee. Wenn ich den jetzt frei gebe, so weh es mir tut, wird dann... Boah, ich lasse den noch. Vielleicht kriegen wir den noch irgendwie hin. Ich glaube es zwar ehrlich gesagt nicht, aber schauen wir mal. Robert Juhl. Der ist bald wieder fit. Den müssen wir irgendwie wegbekommen. Weil der hat ein Gehalt von 600.000. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Gerne auch zur Leihe. Hauptsache wir sparen uns das Gehalt mal. Gibt es da noch Vertragslose? Hier, Wimhofer. Da haben wir jetzt eh schon ein Angebot gemacht. Stimmt. Nakamura. Der lässt seinen Vertrag auch auslaufen. Da würde ich gleich schauen, dass wir Geld machen. Den müssen wir auf jeden Fall wegbekommen. Und Branko Jovicic. Der lässt seinen Vertrag auch auslaufen. 31-jähriger Serve. Den sollte man auch schauen, dass wir ihn jetzt irgendwie wegbekommen. Ich schiebe den Jovicic sonst dann einfach mal zu B11. Und dann schauen wir weiter. So, wie sind die Spieler, die hier sind? Sortieren wir vielleicht mal. Also die Torhüter haben wir uns angesehen. Wen haben wir sonst noch? Wir haben hier einen ganz netten Innenverteidiger. Solider Spieler. Ungar. Auch nicht der teuerste. Gefällt mir relativ gut. Dann haben wir Umasako. Aus der Elfenbeinküste. Sehr interessanter Innenverteidiger, finde ich. Muss mal kurz was trinken. Das Problem ist, mein Teebeutel hat es zerfetzt. Jetzt habe ich da immer so lauter kleine Stückchen. Und die Gefahr, dass ich da ersticke, ist halt relativ groß. Wenigstens ersticke ich bei dem, was ich am liebsten mache. Geld sparen. Ja, das heißt, wir haben jetzt mal zwei brauchbare Innenverteidiger. Rastoljkovic rechts außen. Sehr erfahrener Montenegriner. Könnte auch super auf der 6 spielen. Ist nämlich auf dem Flügel nicht der schnellste. Aber ist auch offensiv recht stark. Gefällt mir schon ganz gut. Der war ja vorher bei Rapid. Philipp Ziais. Das wäre ein dritter starker Innenverteidiger. Das heißt, man könnte die 5er-Kette schon mal im Hinterkopf behalten. Aber ich glaube, mehr haben wir nicht wirklich. Den 17-jährigen Oliver Duwe haben wir noch. Der ist für mich eben kein wirklicher Innenverteidiger. Innenverteidiger, weil er zu klein ist. Das heißt, Potzmann haben wir auch noch für links hinten. Der kann rechts und links spielen. Das heißt, ich würde jetzt schon mal in Richtung 4er-Kette tendieren. Das heißt, damit wir mal überhaupt eine Mannschaft zusammenbekommen, stelle ich die mal auf. Die Rollen, die können wir uns dann nachher noch anschauen. Philipp Ziais auf der Bank. Würde ich wahrscheinlich gar nicht machen. Den würde ich dann spielen lassen, statt... Wie heißt das? Keskes? Keine Ahnung. Dann, zentrales Mittelfeld, Markus Sulzner. Das ist ein Talent, das wir auch gezogen haben. Branko Jovicic, den wir schon oft nicht benötigt haben. Dann Peter Michoal, der uns wahrscheinlich verlassen wird. Das heißt, zentrales Mittelfeld ist die Riesenbaustelle. Da wäre Peter Michoal halt schon extrem wichtig. Ich schiebe ihn mal rein als zurückgezogener Spielmacher oder sowas. Wobei der halt auch wahnsinnig offensiv stark ist. Wobei Abschluss und Weitschüsse sind jetzt nicht so überragend. Dann passt zurückgezogen, vielleicht eh nicht so schlecht. Ist aber Linksfuß. So. Rechts daneben. Das wäre das Talent, das ich auch hochgezogen habe. Der wäre dann für Linksaußen. Genau. Marvin Neuherz. Das ist auch so ein Talent, aber nicht mehr. Wimhofer auch ein Talent, aber nicht mehr. Das heißt, wir brauchen dringend einen zentralen Mittelfeldspieler. Ich nehme jetzt mal ihn hier, den Jovicic. So. Dann könnte man theoretisch den Natschak linksaußen spielen lassen. Aber schauen wir mal. Das ist ein ganz interessanter Stürmer. Ist auch auf nicht benötigt, der Grieche. Um vielleicht auch einfach ein bisschen Gehalt einzusparen. Aber ich stelle ihn jetzt für einen Moment mal auf. Nakamura. Würde ich nach innen ziehend. Oder lass mal einen Rechtsflügelspieler spielen. Ich würde jetzt einfach mal mit Flügelspielern spielen für einen Moment. Auch das würde ich dann nochmal genauer uns anschauen. Je nachdem, wenn wir immer wissen, wie es auch finanziell ausschaut. Dominik Weichselbraun. Sehr gute Zielstrebigkeit. Gefällt mir an und für sich sehr gut. Ich glaube, dass der sogar ein bisschen stärker ist als der, den wir da jetzt haben. Der Umut Natschak. Dann Michelmeier. Den nehme ich da auch mit. Ich setze die hier ungefähr auf die Bank, wo sie hingehören. Das heißt, wir haben schon relativ viele Talente für die Ersatzbank. Jetzt brauchen wir noch einen Zehner. Da können wir den Natschak theoretisch... Nee, der ist spielerisch zu schwach. Weichselbraun. Okay, also eigentlich brauchen wir an allen Ecken und Enden Spieler. Ich persönlich tendiere schon in so ein System. Lavalle wird Ersatzkeeper. Jule wird dann hoffentlich irgendwann fit. Da werden wir schauen, ob wir den noch wegbekommen. Ja, schauen wir nochmal in die U18. Schaut mal, da sind ein Haufen junge Talente und New Gents. Da haben wir Felix Wehling. 15-jähriger Stürmer. Der hat nur einen Jugendvertrag. Hat aber schon einen Profi-Vertrag unterschrieben. Würde ich gleich in die erste Mannschaft schieben, weil der wirklich ein interessanter ist. Mike Bertsch. Okay, auch nicht so schlecht. Den würde ich mal in die zweite Mannschaft schieben. Man darf nämlich nicht vergessen, wir haben jetzt von der zweiten Mannschaft extrem viel in die erste gezogen. Dass die halt jetzt fußballerisch auch mithalten muss in der Liga, das dürfen wir nicht vergessen. Weil wenn die absteigen, dann haben wir natürlich eine große Basis verloren. Eine große Plattform, um Spieler zu entwickeln. Patrick Jahn. Auch ein ganz netter Innenverteidiger. Auch ab zu den Amateuren. Ich würde sowieso sagen, die talentiertesten, die schieben wir mal hoch. Ah, und da unten haben wir dann das Problem, dass hier einige zu alt sind. Das heißt, von der U18 bleibt eigentlich nicht viel übrig. Aber ist halt so. Ist halt so. Gut. So sieht es theoretisch mal aus. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir natürlich ein bisschen Geld reinkriegen durch diese Transfers. Jetzt ist die Frage, die Finanzen sind wahnsinnig schlecht. Schaut es eigentlich mit den Schulden aus. Bankdarlehen. Zwei Millionen nur noch. Also eigentlich ist es nicht so tragisch. Ich weiß nicht, wie sie da in diese Schuldenfalle getappt sind. Aber das ist wirklich nicht tragisch. Super wäre ein Mutterverein. Damit wir vielleicht irgendwo Spiele herbekommen können, die kostenlos sind. Okay, der will mit mir noch nicht über sowas reden. Gibt es Partnervereine? Aspaya, Katar. Super. Die zweite Mannschaft natürlich. Und dann haben wir hier noch eine aus Oberösterreich. Gut. Ja, solange wir niemanden wegbekommen, wird das natürlich schwierig. Wie schaut es denn sonst aus mit den Mitarbeitern? Wir haben wahnsinnig wenige, die sind dafür schlecht. Gehen wir mal auf Co-Trainer suchen wir schon, auf Assistenztrainer und auf Torwarttrainer, wenn wir einen brauchen. Da in dem Bereich sind wir auch relativ schlecht. Schauen wir mal, ob sich das finanziell ausgeht. Dafür haben wir fünf Physiotherapeuten, die auch nicht wirklich gut sind. Also das ist schon mal sehr, sehr fragwürdig. Florian Metz, Solide. Remo Mali, der war bei Sturm, ja den kenne ich noch. Dann Chef Physio Jakob Wasserbauer. Auch nicht schlecht. Wernes Siak, auch eigentlich ein ganz guter. Ich weiß nicht, warum wir da so schlecht dargestellt werden. Die sind alle recht gut. Elisabeth Kasper, aber die ist jetzt nicht wirklich gut. Super Anpassungsfähigkeit. Aber ich glaube, auf die könnte man verzichten. Dann würden wir zumindest auf dem Limit mal bleiben. Einvernehmliche Auflösung. Da haben wir einen Chefsportwissenschaftler, der nichts kann. Schön. Super Wahl. Gut. Der Vertrag ist mal aufgelöst. So. Sag mal, wie lange Zeit bis zum nächsten Spiel? Fünf Tage. Gibt es in der zweiten Mannschaft noch, wenn der brauchbar sein könnte? Wenn wir nach Fähigkeiten sortieren, eigentlich hauptsächlich die ganz Jungen. Der Mike Berge ist halt wirklich interessant. Den werde ich, ja, lassen wir mal da. Angebote für Nakamura. Da müssen wir uns natürlich schauen, AC Monza ist ein bevorzugtes Ziel. 1,8, das ist gut. Rapid lehne ich gleich ab, weil ich möchte nicht, dass er innerhalb von Österreich wechselt. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass es ein guter Deal ist. Das heißt, die 1,8 nehme ich an. 1,2 lehnen wir ab. 1,9. Auf das könnte es ansteigen, ist auch okay. Ja, 1,7, 1,7. Und dann haben wir hier noch 825, oh Gott, abgelehnt. Angebote für Jovicic. Da ist vor allem wichtig, dass wir ihn von der Gehaltsliste bekommen. Die Angebote sind alle ziemlich gleich. Da nehme ich einfach alle an. So, die kennen mich nicht wirklich. Deswegen sind sie jetzt nicht ganz so begeistert. So, keine großen Versprechungen. Ich will, dass wir ins Playoff kommen. In den entscheidenden Runden im ÖFB Cup dabei sind. Und genau so habe ich mir das vorgestellt. Schaut sehr gut aus von der Moral her jetzt. Das hat schon mal funktioniert. So, was wir jetzt als erstes machen werden ist, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir gehen auf die Leihliste. Aber ich glaube, dass wir uns im ersten Jahr jetzt wahrscheinlich sogar Spieler zusammen leihen müssen. Ich gehe jetzt mal kurz aufs Gehalt noch zusätzlich. Gehen wir mal auf 130.000. Das wären dann relativ günstige Leihspieler. Und da haben wir schon das Problem, dass wir eigentlich nur ein relativ eingeschränktes Scouting-Gebiet haben. Und das Problem ist halt, wir können uns nicht wirklich erhöhen, nur das ist einfach viel zu teuer für uns. Deswegen müssen wir so ein bisschen auf das auch zurückgreifen, was wir natürlich so in der Vergangenheit gelernt haben und in Tschechien mitbekommen haben und so weiter. So, Rukavina von Dinamo Zagreb. Der wäre schon mal spannend. 52.000 würde... Ja, die wollen deutlich mehr. Schaut mal. Also ich streiche die Kaufoption raus. Aber ich kann keine monatliche Gebühr zahlen. Ja, das wird schon mal nix. Liefering, Jano. Ganz interessant. Aber ich brauche halt auch ein bisschen erfahrenerer Spieler. Gnesevic, der schaut nicht so uninteressant aus. Da ist das Transferfenster noch zu. Liefering, Bona. Kann man mal scouten. Bernardo Ifkic ist eigentlich auch kein uninteressantes Talent. Marcel Lubik. Ja gut. Wie könnte man das jetzt angehen? Schauen wir mal zu Allmütz, oder? Vielleicht ist da irgendjemand auf der Leihliste. Zip ist auf der Leihliste. Der war schon mal... Mokrovic ist auch auf der Leihliste. Schaut euch diese monatliche Gebühr an. Das fuckt mich halt schon ziemlich an. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kann nichts zahlen. Ach Gott, das ist nervig. Manchmal kriegst du Leihspieler für nichts irgendwie so nachgeworfen. Und dann kriegst du sowas. Natürlich sind da überall jetzt diese standardmäßigen Verkaufsklauseln drin, aber trotzdem ist es ein bisschen nervig. Schauen wir mal zu Chelsea. Die haben ja immer so Lone Army. Ob es da irgendwelche Spieler gibt, die auf der Leihliste sind. Da haben wir Broja zum Beispiel. Aber wieso sollte jemand... Ja gut, den kann man sowieso ignorieren. Wir haben da Krubski. Gehaltsbeteiligung viel zu viel. Jan Marzen. Auch jede Menge Gehaltsbeteiligung. Schauen wir mal in die U20. Da gäbe es zum Beispiel auch ordentlich Spieler auf der Leihliste. Da muss man schauen. Chukwemeka zum Beispiel. Der E-Österreicher wäre... Gehalt von 6 Millionen hat er. Alter. Da hauen sie halt echt überall diese Kaufoption rein. Das heißt, das mit dem Laien wird uns auch nicht wirklich was helfen. Können nur weiterschauen und schauen, dass wir jetzt ein bisschen Geld machen. 300.000 Transferbudget. Das müssen wir dann auch rüberschieben. So, die Bundesliga-Meldungsphase. Ja, registrieren tun wir natürlich alle. Testspiel vorgeschlagen. Da gehen wir auf Ablehnen. Ich möchte jetzt keins mehr. Vereine entlassen. Einige ihrer Spieler. Martin Hintegger. Sehr geil. Ballo wäre natürlich spannend. Aber wir können ja so gut wie nichts zahlen. Wir können ja mal nach Positionen sortieren. Was ich ja bräuchte, wäre jemand für das zentrale Mittelfeld. Florian Rieder. Der könnte auf der 10 zum Beispiel spielen. 2,50 bis 3,60 ist halt auch wieder recht heftig. Wie viel kann man zahlen? 150 oder so, glaube ich. Jetzt gerade nur 23. Aha. Vorhin war noch irgendwo 150. Aber okay. Alexander Schlager haben wir jetzt verlängert. Das heißt, der Markt ist geringfügig nach oben gegangen. Ist die Frage, ob wir nicht versuchen, ihn zu verkaufen. und auf Tobias Laval setzen. Also eigentlich sollte man das fast machen, aber er ist natürlich ein Führungsspieler, also nicht unwichtig. So, den packe ich mal auf die Streichliste und jeden Preis verkaufen, damit wir ihn von der Gehaltsliste bekommen. Ja, und sobald die beiden hier weg sind, Wimhofer hat noch nicht angenommen, sobald die beiden weg sind, ja, kann man auch wieder ein bisschen was vielleicht verschieben. So, nehmen wir mal dann der Pressekonferenz teil. Bin sehr stolz und aufgeregt. Ich bin, ja, ich klicke mal wieder durch. So, 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 momentan gebe ich auch nichts ab, wo man irgendwie, okay, ich muss was sagen, gehen wir auf zentrales Mittelfeld. So, keine weiteren Fragen. Gut, Pressekonferenz verlassen. Was wir natürlich auch mal machen können, ist, wir können auch mal schauen, welche Bilder so vereinslos sind. Weil vielleicht haben wir dann später Geld, um welche zu holen. Aha. Achso, interessiert an einer Laie. Deswegen. Ist auch mein Fehler. Also Salomon Kalou hätte Interesse, zu uns zu kommen. Weltreputation, gehen wir mal auf annehmbar. Kevin Großkreuz, gehen wir auf gering. So, Alter. Ah, okay. Das ist natürlich mit dem Scouting-Wissen relativ schwierig. Naja, da kommt nicht wirklich was. Und Kalou werden wir nicht brauchen. Joker. Okay. Gut. Schauen wir mal auf die Transferliste. Wir haben jetzt natürlich eh, wenn ich das Transferbudget verschiebe, dann sieht es zumindest schon ein bisschen besser aus. Sind wir schon auf 1.15 unten. Auch noch nicht wirklich gut. So, Kalou ziehen wir zurück. Ist das schwierig. Das miserabelste Let's Play, das ich jemals gemacht habe, wenn man einfach überall entlassen werden oder nichts so richtig läuft. So, Branko Ivanovic, die anderen, ich weiß gerade nicht mehr, wie die anderen Angebote waren. Ah, eh gleich. Okay, passt. Rapid gibt noch ein Angebot für eine Komura an. Aber er will hauptsächlich zu Monza gehen. Wie viel zahlt uns Monza? Eigentlich, ich nehme das auch an. Hauptsache er geht jetzt mal weg, damit wir Geld reinkriegen. Könnt ihr mal an. Naja, warten wir mal, bis wir ein bisschen Geld reinbekommen haben. Und dann frage ich an, ob wir mehr Budget kriegen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber probieren kann man es. Ich werde zwischendurch immer wieder auf die Leihliste schauen. Weil vielleicht habt ihr da so ein paar Leih-Tipps für mich, wie ich wirklich gratis Spieler bekomme. Weil das ist halt wirklich unbezahlbar. Akulibali vom BVB. Schaut mal. Überall ist die Kaufoption drin. Was mich generell ja schon mal nervt, weil das wird sowieso nie interessant sein für mich. Ich kann mir sowieso keinen Spieler dort leisten. David Jauneck. Ah, da haben wir einen. Ja. Okay, ich habe jetzt Stammspieler ausgewählt, aber der ist sowieso relativ brauchbar. Den kenne ich nämlich noch. Der kann nämlich auch super Innenverteidiger spielen. Den können wir dann da einsetzen, wo wir ihn brauchen. Damit hätten wir den ersten sogar. Eine erste quasi Neuverpflichtung. Wahnsinn. Den haben wir schon probiert, oder? Ja, ich glaube, da war die Transferliste noch, Transferfenster noch nicht offen. Schauen wir mal, ob der jetzt kommt. Kann man einstellen, wie viel Gehaltsbeteiligung die fordern? Scouting. Kann ich das so? Maximale Gehaltsforderung laut Scout. Ne, ändert nichts. Da ist trotzdem Koulibaly. Wobei, war bei Koulibaly die Gehaltsforderung, oder? Na, die fordern 80%. Ups, ne. Die fordern 80%. Das funktioniert natürlich nicht. Okay, das heißt, so kann ich es nicht einschränken. Ja, eigentlich... Haben wir da, glaube ich, keine Chance. Wenn ihr da eine Idee habt, wie das gehen könnte, dann bitte, bitte, bitte ab in die Kommentare. Collins. Muss gerade echt jeden probieren, ob der jetzt reinpasst oder nicht. Ja, auch viel zu teuer. Funktioniert auch nicht. Ah, ich habe noch eine Idee. Gibt es irgendwelche Weiterverkaufsklauseln, die wir verkaufen können? Ne. Aber, wenn der weiterverkauft wird, zum Beispiel, und der hat gute Marktwerte, kriegen wir was. 40% des nächsten Profits. Adil Tawi, da bekommen wir noch Ratenzahlung. Wow. Wow. Okay. Das wird uns jetzt auch nicht rausreißen, befürchte ich mal. Strader gibt jetzt ein Angebot für Laval ab. Da ist jetzt die Frage, was wir mit ihm machen. Er ist 24, also entweder ich verkaufe ihn jetzt, oder ich baue ihn als Schlager Nachfolger auf. Also ganz ehrlich, eigentlich würde ich sagen, wir behalten ihn und wir einen Alexander Schlager verkaufen. Er ist jetzt zwar einiges stärker, aber das Geld brauchen wir halt leider auch wirklich. Sonst können wir nämlich niemanden holen. Also da lehne ich mal ab. Es verhorn ist auch an Wimhofer dran, das ist jetzt schlecht. Das ist der, den wir ablösefrei eigentlich verlängern wollten. Die haben Markreiter verpflichtet. Die S-Dama, 730 Euro bekommen. Sehr schön. Immerhin. Verfügbar für die zweite mache ich im Moment niemanden. Transfer-Meeting lehnen wir jetzt mal ab. So. Dominik Weichselbraun würde gern zur Sturm gehen. Schaut euch das Angebot an. Aber ich kann den nicht hergeben. Wobei der Vertrag ausläuft. Würde mal ablehnen. Und dann müssen wir halt schauen, ob man den jetzt schon verlängern kann vielleicht. Weil das ist ein richtig gutes Talent für unsere Verhältnisse. Okay, geht nur für zwei Jahre, aber ich nehme das jetzt an. So, dann haben wir hier wieder Nakamura. Äh, was ist mit Lust denn noch los? Auf Option 675.000 ist auch ein bisschen mickrig. Was wir theoretisch machen könnten, fällt mir auch noch ein, dass wir da noch ein richtig gutes Testspiel hinbekommen, das uns vielleicht auch viel Geld einbringt. In Fika, Atletico Madrid, Wolfsburg. Ich will nicht gegen Leipzig spielen irgendwie. Wolfsburg ist auch so uninteressant. Aber okay, 65.000 sind gegen 106.000. Und da würde man kriegen, ja eigentlich das gleiche kann man sagen. Ist da noch was günstigeres? Ne. Bringt in Fika mehr? Ja, bringt mehr, aber kostet auch mehr. Ähnliche Reputation? Ne. Okay, dann nehmen wir RB Leipzig. Dann kriegen wir wenigstens hier auch noch ein bisschen Geld rein. Macht wahrscheinlich Sinn. Boah, das wird so schwierig, aber ich freue mich. Ich freue mich echt schon auf eure Meinungen und Kommentare. So, die nächsten Angebote. Akamu hat keine Lust mit Wattens zu reden. Apropos Auswahlliste, das ist ja noch eine Idee. Florian Rieder, den haben wir da noch. Tomane, den haben wir auch gescoutet. Ich will... Boah, okay, der ist gehaltsmäßig schon mal nicht machbar. Dann haben wir den hier noch. Der 28-jährige Georgi, der grundsätzlich ganz interessant wäre. Auch viel zu viel. Die Gehaltsforderungen sind brutal. So, aber wir können da nämlich schauen, ob es da Spiele auf der Leihliste gibt. Alexander Pavlovich von Bayern München. 20% Gehaltsbeteiligung. Ich kann nur 10% geben, wie geil. Das ist schon bitter, wenn ich nicht mal das Geld habe. Aber... Das ist, glaube ich, generell trotzdem nicht so blöd, hier mit dieser Liste zu arbeiten. Leihliste Kevin Hunya. Den haben wir ja schon gesehen. Hier unten sind noch einige unserer Ex-Spieler. Schwierig. So, gut. Ich glaube, da habe ich mir was angetan, aber ich freue mich drauf. Es ist eine schöne Herausforderung. Also so große finanzielle Probleme, die hatte ich mal vor ein oder zwei Jahren mit dem Austria-Wien-Safe, den ich gemacht habe, privat. Habe aber nicht wirklich lange gespielt. Hier habe ich natürlich die Motivation, dran zu bleiben, weil es ein Let's Play ist. Das ist ganz schön. Da machst du dann halt auch weiter, obwohl du jetzt vielleicht gar nicht mehr so die Chance siehst und deswegen auch größere Herausforderungen angehst. Das ist schon ganz cool. Also ich freue mich. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe echt, wie gesagt, dass ich da euren Geschmack jetzt auch treffe. Ja, wir werden schauen, wo es uns dann noch hinführt. Wir werden mal versuchen, das Finanzielle irgendwie in den Griff zu kriegen beim Lask. Und die irgendwie wieder auf ein Level zu bringen, dass wir im Idealfall dann natürlich halbwegs mithalten können. Aber das wird schwierig, weil die österreichische Liga jetzt leider, leider, ich meine zum Glück natürlich immer stärker geworden ist und jetzt nicht mehr so schwach ist, dass der Kader jetzt im Moment, glaube ich, nicht ausreicht, um in die oberen Playoffs zu kommen. Aber wir werden sehen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Wäre schön, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei seid. Bis bald. Danke. Ciao.